Oh nein. Oh nein. Gut, mehr werden wir jetzt wahrscheinlich nicht von ihm erfahren. Hey, ist schon gut. Du bist hier bei mir. Im Krankenhaus. In Sicherheit. Junge, hörst du mich noch? Ja, weggetreten. Ich weiß bloß gerade nicht so richtig, was das Wort Delete jetzt mit der Erinnerung zu tun gehabt hat. Also inwiefern das die wachgerufen hat. Aber jetzt haben wir schon mal gesehen, wie das Ende des ersten Patienten zustande gekommen ist. Vielleicht können wir jetzt hier rüber. Vielleicht gibt es noch was mit der Krankenschwester zu besprechen. Kann ich noch mal kurz stören? Bitte. Ja. Ich habe mit einem der Jungen Kontakt aufnehmen können. Tatsächlich? Mit welchem? Zelle 1. Er hat mir von einem Bunker erzählt. Und von Zäunen. Hat er irgendetwas ähnliches in ihrer Anwesenheit geäußert? Etwas, das dazu passen könnte? Nein, nichts. Jedenfalls nicht, während ich bei ihm war. Könnte Dr. Yang mir womöglich etwas dazu sagen? Sie können ihn ja morgen fragen. Ja, das werde ich machen. Ich mache jetzt Schluss für heute. Schon. Es ist spät. Ich bin erst gestern Nacht angekommen. Ich muss mich etwas ausruhen. Und ich denke, unsere Patienten brauchen auch etwas Ruhe. Gut, dann... Können wir eigentlich noch mal das Licht ausmachen? Guck nach unten. Sehr gut. Darf ich fragen, was Sie mit diesem Schalter zu schaffen haben? Ach Mensch, hab dich nicht so. Ich will bloß das Licht ausmachen. Gut, so. Die wollen doch auch schlafen. Mensch Mädel, das musst du doch verstehen können. Ich bin wirklich spät genug. Ich sollte zusehen, dass ich loskomme. Ja. Und dann machen wir mal... Huch! Was ist das denn? Achso, wir haben eine Nachricht gekriegt. Ähm, Nachrichten... Anruf. Du hast versucht, mich anzurufen. Ich habe zurückgerufen. Auf deiner Hotelnummer. Kim. Ähm, löschen geht nicht. Alles klar. Gut. Dann also ab ins Hotel und den Anrufbeantworter abgehört. So, zurück zur Fähre. Ich finde es gut, dass es so schnell geht hier, der Szenenwechsel, wenn man das will. Dadurch kommt man wirklich sehr schnell eigentlich von der Klinik hierher wieder zurück ins Hotelzimmer. Und da sehen wir es doch schon blinken. Wir haben eine Nachricht. Sie haben eine Nachricht. David, ich habe nachgedacht. Du brauchst nicht wiederzukommen. Ach. Ich reiche die Scheidung ein. Bitte ruf mich nicht mehr an. Die blöde Kuh. Recht so. Machst du richtig, Dave. Dich doch. Mensch. Mädel. Blödes Miststück. So. So eine Scheiße. Da hilft eigentlich nur eins. Wir müssen uns betrinken gehen. Und sowas sagt die uns vor allem auch eine Anrufbeantworter, anstatt mit uns persönlich zu sprechen. So ein feiges Miststück. Komm, Joe, geh ran. Ach, shit. Dann müssen wir unseren Koma wohl alleine im Alkohol ertrinken gehen. Oder vielleicht können wir... Oh. Vielleicht bei Terry nochmal uns jetzt ausheulen. Oder uns über ihn aufregen. Er hat garantiert was mit ihr. Okay, da kommen wir offenbar... Ich versuch's später nochmal. Wollte grad sagen, da kommen wir offenbar auch nicht durch. Gut, dann gehen wir was trinken, würde ich sagen. Hilft dir alles nix. Was willst du machen? Vielleicht können wir hier irgendwie Rat bei unserem Freund Mr. Flynn einholen. Mr. Flynn? Sir. Nein, schade. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Hätte ja sein können, dass er irgendwie Berater an allen Lebenslagen ist. Er erinnert mich übrigens sehr an Alfred von Batman. Da ich ein sehr großer Batman-Fan bin und Alfred immer sehr mochte, ist mir der auch so auf Anhieb sehr sympathisch. Gut, und jetzt geht's auch endlich in die Bar. Dann gehen wir mal rein. Was ist das für ein Oberstecher? Dann setzen wir uns mal hin. Also, was soll's denn sein? Einen Whisky. Auf Eis. Kommt sofort. Ist das nicht ein bisschen stark für dich, was schnappt? Ich muss aufpassen, was ich sag in der Öffentlichkeit. Zum Wohl. Ich bin immer sehr schnell mit den Schimpfwörtern, deswegen müsst ihr mir jetzt nachsehen, falls ich's doch mal sag. Also, für amerikanische Verhältnisse ist es doch eigentlich gar nicht so eine große Ecke. Egal, ob der Staat Washington oder Washington DC, also es müsste eigentlich gar nicht so weit sein. Liegt New York nicht sogar im Staat Washington oder irre ich mich da gerade? Ich kenne mich jetzt nicht so doll aus mit Geografie, aber mir war so. Sagen Sie, haben Sie von dem Mädel gehört auf der Kreuzung heute Morgen? Ja. Der doch weh. Die schwuchtel doch weh. Ey, pf dich. Ja, hab ich. Wird immer schlimmer mit den Kids. Jeder Halbwüchsige rennt heute mit einer Knarre durch die Gegend, um ein Hinguckgewalt. Tja. Tja, nicht dein Thema, was? Ich hau dir auf die Fresse, Mann. Ich habe noch einen. Sicher. Scheint ja ein verdammt harter Tag gewesen zu sein. Kann man sagen. Nette Gäste hier übrigens. Stören Sie sich nicht an Riker? Ist nur besoffen. Ich dachte mir sowas. Trink aus und verzieh dich in irgendeinem Schwuchtel da. Ach komm, du bettelst doch drum. Lass mich ihm aufs Maul hauen. Noch einen, bitte. Schmeiß den Bettniss auch raus, Fernl. Es reicht jetzt, Riker. Trink noch einen und halt die Klappe. Wohlsein. Tut mir leid. Hören Sie gar nicht hin. Riker ist geistig in Vietnam geblieben. Schon in Ordnung. Ich bin ziemlich erledigt. Ist er nicht ein bisschen zu jung für den Vietnam? Feige Ratte. Riker, halt's Maul. Sonst kannst du draußen weitersaufen, klar? Äh. Geht aufs Haus. Für die Belästigung. Okay. Besten Dank. Nett. Aber das ist doch ein bisschen zu jung für Vietnam, oder? Also ich meine, Vietnam ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich muss los. Ich schaue wieder rein. Gut, dann... Können wir dem aufs Maul hauen, nicht so? Pfff, pfff, pfff. Schade. Er hätte es auf jeden Fall verdient. Sonst geht wirklich nichts mehr hier. Ja, dann gehen wir halt wieder. Hilft ja nix. Das hat sich jetzt auf jeden Fall richtig gelohnt. Vielleicht kann er ja jetzt schlafen, nachdem er sich ordentlich einen hinter die Binde gegossen hat. Komm, probier's nochmal. Leg dich hin. Sehr gut. Nachtgedanken von Dave McNamara. 11. November 2007. Patienten im Staten Island Hospital wurden erstmals in Augenschein genommen. Erstdiagnose ist posttraumatisches Stresssyndrom. Dadurch ausgelöst vollständige Amnesie. Es handelt sich um drei junge Männer und zwei junge Frauen. Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Mangels feststellbarer Identitäten sind die Patienten nach den Kennziffern ihrer Zellen benannt. Unterbringung entspricht nicht neuesten Maßstäben. Allgemeinzustand der Patienten ist aber gut. Mit dem männlichen Patienten in Zelle 1 war ein Erstkontakt möglich. Es ergaben sich erste Anhaltspunkte für eine Gefahrensituation, in der sich der junge Mann befunden haben muss. Schrittweise Rekonstruktion erscheint bei ihm besonders aussichtsreich. Männlicher Patient in Zelle 5 ist aggressiv. Medikation wurde trotzdem gemäß der Rekonstruktionstherapie abgesetzt. Privatnotiz. Die Lage mit Kim spitzt sich zu. Ich habe kein gutes Gefühl mehr. Sie klingt kalt. Kurz angebunden. Vielleicht liegt es daran, dass gestern der Jahrestag des Unfalls war. Ich habe Terry gebeten, sich ein bisschen um sie zu kümmern, solange ich weg bin. Er hat zwar erst abends Zeit, aber vielleicht tut ihr ein bisschen Gesellschaft ganz gut. Ich habe Kopfschmerzen. Hätte den Whisky weglassen sollen. Morgen muss ich wieder da raus. Und die Kollegen im Hospital sind ziemlich merkwürdige Zeitgenossen. Ich bin müde. Hoffentlich hören mal die verdammten Träume auf. Aufzeichnung Ende. Die scheinen ein Kind verloren zu haben. Und das führt oft wohl dazu, dass dann die Ehepartner sich zerstreiten. Das hatten wir ja auch bei Heavy Rain schon, falls das jemand schon mal gespielt hat oder gesehen. Ich bin mir gerade auch in. Ich bin realen.